Guten Morgen aus dem Musical Dome in Köln. Es sind noch so knapp anderthalb Stunden, dann geht's los. So langsam. Ich bin ja wirklich die Entspanntheit in Persona, insoweit man mich entspannt nennen kann. Aber so langsam ist zumindest die Vorfreude da. Wir haben jetzt auch schon alles für die Pressekonferenz gleich vorbereitet. Alles natürlich schön mit Sicherheitsabstand. Ja, und dann lassen wir die Dinge mal auf uns zukommen. Ich freue mich so, wenn es endlich gleich losgeht. Okay, es geht jetzt los für uns. Wir werden noch verfolgt von ganz vielen Kamerateams und laufen jetzt. Say goodbye to Dome, Laura. Bye, bye, my love. Meine Radiot, bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt geht's in die Hassstadt dann für dich, Düsseldorf. Ich freue mich drauf. Wir haben uns natürlich direkt den allergeilsten Tag von allen ausgesucht, bei dem irgendwie 30 Grad ist oder so. Falls ihr euch wundert, warum ich trotzdem eine Jacke trage, ich habe da so einen Sonnentick und ich hasse, wenn die Sonne auf mich scheint. Und Laura hat erst mal ihren Wanderstock zerstört. Direkt zerstört. He's gone forever. Ein Kilometer hat er durchgehalten. Hängt gut an hier bei uns. Hallo zusammen. Wir haben schon die ersten Kilometer unserer Strecke gemacht. Wir haben uns schon eine erste Stärkung gegönnt. Maike ist noch. Wenn ihr Fragen zur Aktion habt, dann stellt sie uns doch gerne hier. Wir haben jetzt lockere sechs Stunden mindestens noch vor uns und würden euch alle Fragen beantworten, die ihr vielleicht noch zu unserer Aktion habt. Boah, alleine für sowas lohnt sich das doch schon wieder. Wir laufen hier gerade durch Köln-Nippes. Wo laufen wir? Wir sind an Poorweiler vorbei. Auf Südien zu. Okay, und wir haben hier voll den Lost Place gefunden. Oh, ich liebe sowas. Also so im Durchschnitt laufen wir 40 Kilometer plus minus am Tag. Aber wir haben auch mal so ein paar entspanntere Strecken, ne, Laura? Yes. Mal so 20 Kilometer. Aber dafür haben wir auch einmal oder zweimal fast 50 Kilometer. Kurze Snacking-Pause. Wir haben es uns gemütlich gemacht und wir haben richtig vom Musical Dome so geile Nüsse bekommen. Schöne Drinks. Und wir sitzen jetzt hier ein... Wo sitzen wir, Laura? In Fühlingen. Wir sitzen in Fühlingen, einfach mitten auf der Straße und chillen mal eine Runde. Wir wurden schon mehrmals angehubt auch. Ich glaube, wir sehen komisch aus so mit unserem Wanderzeug durch Köln. Wir sitzen in Fühlingen, einfach mitten auf der Straße.